Am 15. Oktober, um nicht zu sagen gestern, ist Camtasia 2024.1.0 erschienen und drei der Neuerungen möchte ich zeigen. Einmal, ich habe hier einfach eine Aufnahme und habe dort dynamische Untertitel hinzugefügt, wie man hier sieht, ganz normal. Und neu ist, nachdem man die Untertitel hinzugefügt hat und die Transkription durchgeführt wurde, erscheint hier so ein lilafarbener Balken. Soweit so gut. Wozu ist der da? Es steht so ein bisschen schon da. Wenn ich die Timeline vergrößere, ab einem bestimmten Punkt sehe ich die einzelnen Worte und kann die jetzt noch anpassen. Falls mal was verrutscht ist oder man hat was gelöscht und da stimmt irgendwas nicht mehr, kann ich einfach diese Worte hier greifen und richtig sozusagen an die perfekte Stelle ziehen. Und wenn ich mir das dann anhöre, das ist ganz einfach, dann passt das eben noch einen Hauch besser, als es vorher war. Eigentlich zur Korrektur. So, das war im Prinzip die erste Neuerung. Die zweite Neuerung befindet sich unter anderem im Kontextmenü. Rechtsklick und dann gibt es neu den Punkt Farbkennung hinzufügen. Und da kann ich jetzt zum Beispiel bestimmte Elemente mit Farben versehen. Also zum Beispiel möchte ich die Untertitel immer rot einfärben, meine Webcam möchte ich immer in blau haben und die Bildschirmaufnahme immer in grün. Und wenn ich mir das angewöhne, dann habe ich relativ schnell auf den ersten Blick weiß ich, welche Elemente welche sind. Das war die zweite Neuerung. Und die dritte Neuerung betrifft ein altes Feature. Dazu schalte ich aber mal die Webcam aus, weil man sonst meinen Ton gleichzeitig mit dem mit meiner Sprache jetzt hört. Und das nervt ein bisschen. Vor einigen Versionen wurde ja die JKL-Steuerung hinzugefügt. Wenn ich auf L drücke, wird das Video abgespielt und nochmal auf L wird es beschleunigt. Und wenn ich das sehe, oben bei der Anzeige der Frames, sehe ich jetzt die Geschwindigkeit, mit der ich das Ganze abspiele. Das geht also von einfach, also normaler Geschwindigkeit, bis minus 8 und bis plus 8, also achtfacher Geschwindigkeit und nach rechts mit L eben auch achtfacher Geschwindigkeit. Und das wird jetzt angezeigt. Das ist auch ganz schön, dann weiß man eben so halbwegs, wie viel schneller das Ganze läuft. Das sind die drei Neuerungen. Es gab noch ein paar andere Sachen. Beim Export gibt es noch eine Möglichkeit, die Qualität des Audios ein bisschen zu steuern. Und das sind die Neuerungen. Und es lohnt sich also auf jeden Fall ein Update zu installieren. Wie funktioniert die Installation? Ganz einfach. Wenn man Camtasia gestartet hat, erscheint auf dem Startbildschirm direkt die Frage, ob man die neue Version installieren will. Und dann, wenn man es nicht möchte, weil man gerade keine Zeit hat, lässt man es sein. Ansonsten installiert man sie einfach. Dauert zwei, drei Minuten beim Malbrechner.